Ich gegen den Gewinner! Was hast du gesagt? Ach, wir versuchen wohl die Prinzessin zu beeindrucken, Herr Rowan. Mann, oh Mann, Rowan. Wenn ich dich nicht besser kennen würde, würde ich glatt sagen, du... ... mir in die Knie. Offensichtlich weiß ich nicht, was ein wirklich großer Krieger ist, auch wenn er direkt vor ihr steht. Hier ist ja was los. Jede Information kann von Wert sein. Jedoch nur, wenn man weiß, wie man sie nutzen kann. Ja, meine Königin. Und schaut eine dein wie du, dann ist meistens ein Junge dran schuld. Oder eine Prinzessin. Ah, ich verstehe, Schuld ist also ein Mädchen. Sieh mal her, ich hab hier die Lösung für dein Elend. Ja, wird man davon größer? Oh, viel besser noch. Sieh her, sprühe das auf deine Prinzessin. Und dein Liebster verliert jedes Interesse an ihr. Es ist absolut ungefährlich. Ich weiß nicht. Bitte. Wenn du es nicht willst. Nein, ist schon gut. Und ist es ganz sicher harmlos? Du hast mein Ehrenwort. Oder willst du uns wieder mit deiner Beinarbeit beeindrucken? Ich würde dich gern nochmal herausfordern. Hallo, Rowan. Geht. Aber wie du willst. Los, komm her. Das schaffst du, Rowan. Drück ihm die Daumen, Prinzessin, sonst wird das nichts. Stürzt dich, wenn ich dabei ein Schläfchen halte? Kämpft ihr mit dem Mund oder mit den Händen? Fertig. Los. So. Mal sehen, ob sie noch weiter um dich kämpfen. Das Schloss. Es wird angegriffen. Schnell. Los. 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 Ein toller Zauberstorpp bist du. Und zugleich. Sie sind schon im Innenhof. Was machst du denn hier, Kleine? Was machst du denn hier, Kleine? Wir bitten hier alle auf mich zu duzen. Was ist das? Gut gemacht, Jungs. Denen haben wir es gezeigt. Heiliger Lou. Seht doch. Welch ein Fluch ist das? Meine Tochter. Maeve. Die mystischen Ritter sind also doch nicht so unbesiegbar, wie es scheint. Jetzt geht ihr zu weit. Das wagt ihr nicht. Nein! Und auch Kells wird schon bald gefallen sein. Deirdre! 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 Oh, was habe ich getan? Oh, meine Tochter. Deirdre, meine Tochter. Was hat Maeve dir angetan? Was sagt ihr, Cahad? Könnt ihr diesen bösen Zauber von ihr nehmen? Das werden wir gleich wissen. Es funktioniert! Deirdre! Deirdre! Nein! Nun tut doch etwas! Nehmt noch mehr Pulver! Gebt sie mir zurück! Es tut mir leid. Dieser Zauber übersteigt meine Künste. Cahad, sie ist mein Ein und Alles. Ihr müsst irgendwas tun. Das war ein Pulver oder Elixier von Maeve. Das Gegenmittel kennt daher nur sie. Wir waren doch immer in ihrer Nähe. Wie konnte Maeve an Deirdre rankommen? Wie kann jemand nur so gemein sein? Wir kennen niemanden, der so etwas tun würde. Ihre Verteidigung ist geschwächt und ihre Gedanken sind bei ihrer Prinzessin. Ich weiß, was ich tun muss, um Cahads wiederzukriegen. Ich wurde lange genug verleugnet. Keine Sorge, Deirdre. Cahad wird dein Mittel finden. Das weiß ich. Und dann kannst du bei den Herren wieder im Mittelpunkt stehen. Du kannst nichts dafür, dass du hübsch und klug bist. Und eine gute Kämpferin. Ich wünschte, ich wäre mehr wie du. Es tut mir so leid, was da passiert ist. Es ist alles meine Schuld. Was meinst du, es ist alles deine Schuld? Rowan, es tut mir so leid. Ich habe es für dich getan. Es war ein schrecklicher Fehler. Aber ich werde den Schaden wieder gut machen. Aideen! Aideen, warte, komm zurück! Schon wieder nichts. Wieso funktionieren die alle nicht? Bleib ruhig. Bleib geduldig. Ich kenne Maeve. In einem dieser Fläschchen finden wir garantiert das Gegenmittel. Beallt euch gehabt. Kels kann ich mir lange Widerstand leisten. Jetzt machen wir dich fertig. Ach, ein Wunder geschieht. Horst, hast du das gesehen? Willst du mir erzählen, dass das von deinen Daumen kommt? Habe ich irgendwas verpasst? Wo in Gagas Namen hast du gesteckt? Er war bei mir. Deirdre! Deirdre! Wir sind trotzdem stärker als hier. Darauf würde ich keine Wette abschließen, Eislord. Vier gegen vier, das ist schon gerechter. Jetzt alle zusammen. Das war vielleicht ein Kampf. Ach, ein Kinderspiel. Und wie sich ein Kind benimmt, weißt du ja nur zu gut, Angus. Irgendwie hast du mir besser gefallen, als du auf Stein warst. Meinst du, dass wir über das, was ich getan habe, jetzt reden können? Aideen... Nein, bitte! Es tut mir leid. Ich verspreche dir, dass es nie wieder passiert. Mir verzeihst. Nein. Nein? Ich bin der Falsche. Du musst nicht mich um Verzeihung bitten. Aideen, hast du vielleicht noch einen Zaubertrank im Ärmel? Nein, nein, gar nichts. Ich wollte dir nur sagen... Was es dir leid tut? Dass du eifersüchtig warst und so etwas nie wieder tust? Ja, ganz genau. Aideen. Ja, Deirdre? Und hör mir ja genau zu. Wenn du so etwas nochmal versuchst, reiß ich dir die Vögel aus. Ist das klar? Gut. Alles ist vergeben. Freunde? Ja. Nein, 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 Eine Frau, ein Mädchen. Oder eine Prinzessin. Ah! So, es ist eine lache, die sich in deinem Gesicht befinden. Ich habe die Kürze für Ihre Illes. Es ist etwas, um mich zu machen. Even besser. Hier. Just sprinkle this on your princess. And the boy will lose all interest. It's completely harmless. I don't know. Why? If you don't want it. No, I'll take it. If you're sure it's harmless. On my honour. Here to impress us with more of your fancy footwork, Rowan. Back for more punishment, are you? Hello, Rowan. I'm here for a rematch. You can do it, Rowan. Now, wish him luck, princess. He's gonna need it. You're gonna need all the luck in the kingdom. Now, now, boys. Play nice. Ready? Go. Let's see if they fight over you now. Now! What do you think of your warrior, princess? My hero. The castle! It's under attack! Hurry! Ashes. These, some magic dust you are! These, some magic dust you are! Whaaa! Haa! Never hear a mom when he's down! Haa! 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 Ah! Oh, das ist nicht so, die Frau! Oh, das ist so, die Frau! Oh, das ist so, die Frau! Sweet Lou! Look! What curse is this? My daughter! Maeve! The mystic knights aren't so invincible after all. You go too far. Don't you dare. No! Soon cows will fall too! Deirdre! 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 Hehehehe! What have I done? Oh, my daughter. Deirdre, my daughter. What has Maeve done to you? What say you, Cod? Can you undo this evil magic? We will soon know. It's working! Deirdre! Deirdre! No! Do something, I tell you! Use more powder! Bring her! Bring her back! I'm sorry. This magic is beyond me. God, she is my jewel! You must do something! This is a potion or elixir of Maeve's. But only she knows the antidote. How did Maeve get so close to Deirdre without us knowing? It wasn't Maeve's hand that did this. I suspect she used some black-hearted spy to do her dirty work. Who could be so evil? Certainly no one we know would do such a thing. I know what I must do to regain Kells. I've been denied long enough. Not enough to defeat Conor's army. I must destroy them! Don't worry, Deirdre. God will find a cure. I know he will. Then you can go right back to being the center of attention. You can't help being beautiful and smart and a great warrior. I just wish I was more like you. I'm so sorry for what's happened. It's all my fault. What do you mean, it's all your fault? Rowan, I'm sorry. I did it for you. I've done something terrible. And now I'm going to fix the harm I've caused. Aideen? Aideen, wait! Come back! Rowan, why? What are you doing here? How did you get here? I followed you, Aideen. Which wasn't an easy task. The land is crawling with Temer soldiers. Rowan, I'm so scared. But you came for me. I came for you and the princess. Now, did you find a cure? No. I mean, yeah. I mean, I don't know. Oh, Rowan, after everything I've done, can you ever forgive me? Now isn't the time. But if we don't hurry back, we may never have time. Let's go. We can't forget the antidote. Nothing. This one doesn't work either. Patience. Patience. I know Maeve. Well, these must hold the antidote. Hurry, Cahad. Chaos can't hold out much longer. Finish them. Would you look at that? I can't believe that actually worked. Have I missed anything? Where in the name of Tyda have you been? He's been with me. Deirdre. Deirdre. We'll still beat you. I wouldn't battle it, Ice Lord. Four against four. Now, this is more like it. All together now. That was quite a battle. Ah, it was child's play. Well, you certainly know about being a child, Angus. You know, I think I preferred you much better when you were stone. Would this be a good time to talk about what I did? Aideen. I'm sorry. I promise it'll never happen again. Just say you forgive me. No. No. It's not me you should be looking for forgiveness, little one. Aideen. You don't have any more potions up your sleeves, do you? Nothing like that. But... I wanted to say... You're sorry? That you let jealousy get the better of you and it'll never happen again? Yeah. Exactly. Aideen. Yes, Deirdre? If you ever try anything like that again, you little pixie, I'll pluck your wings. Understood? Good. All is forgiven. Friends? Music. Bye. Bye. BES. Goodbye.